hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal zu einem neuen video heute machen wir zusammen mein neuzugänge video und es sind ein paar geworden deshalb fange ich jetzt auch direkt mit dem ersten buch an das hier neben mir liegt und ja ich bin es gerade selbst noch am lesen in einem bodyread ich weiß nicht ob ihr es so erkennt was es ist aber ich kann mich mal die hülle zeigen ich gehöre ja zu denjenigen die zum lesen immer den schutzumschlag um machen es handelt sich um krone aus asche von mara wolf den dritten band der atlantis chroniken wer die reihe noch nicht gelesen hat dem kann ich sie nur ans herz legen es ist zwar sehr sehr viel historischer input aber wenn man durchgeblickt hat wer wer ist und wer zu wem gehört dann ist es wirklich eine richtig spannende geschichte ich erzähle euch jetzt nicht um was in dem dritten band geht ich kann euch aber den klappentext von band 1 das ist nämlich zepter aus licht gerne einmal vorlesen nefertari oder auch tares genannt ist berühmt dafür verlorengegangene kunstgegenstände wiederzufinden daher bittet der engel es real auch ausgerechnet sie um hilfe um das zepter aus licht zu finden das zepter ist eines der drei insignien der macht der unsterblichen es wurde vor zwölftausend jahren beim untergang von atlantis von der insel gerettet aber ist seitdem nicht mehr auffindbar um tares zur mithilfe zu bewegen erpresst 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 es real sie mit dem leben ihres todkranken bruders malachi sollte tares das zepter finden bevor ihr bruder stirbt wird es real ihrem bruder aufschub gewähren und seine seele nicht ins totenreich mitnehmen wird tares das zepter finden zepter aus licht ist der erste band ring aus feuer der zweite und krone aus asche der dritte wie immer zeige ich euch die bücher wirklich kreuz und quer also es ist jetzt nicht nach datum sortiert wann sie hier eingezogen sind es wirklich kreuz und quer und damit kommen wir mit dieser grandiosen wortwahl und dieser grandiosen überleitung zu dem nächsten buch das hier eingezogen ist querbeet ins glück das war selbst für meine verhältnisse ein schlechter übergang aber egal das buch ist im fischer verlag gerade erst erschienen und durfte auch direkt ganz zeitnah bei mir einziehen wie das cover schon verrät handelt es sich um einen liebesroman ich weiß nicht ob es jetzt nur an den herzen liegt die hier überall drauf sind aber irgendwie habe ich das cover gesehen und dachte liebesroman ich erzähle ich aber jetzt direkt um was es geht weil wir haben hier noch ein bisschen was vor uns meddy hat es fast geschafft ihr traumjob als musical darstellerin ist zum greifen nah um fuß zu fassen darf sie sich jetzt auf keinen fall ablenken lassen doch dann stolpert meddy durch zufall in den gemeinschaftsgarten grüne freiheit auf einmal merkt sie was ihr gefehlt hat sie genießt das gefühl von frischer erde zwischen den fingern freundet sich mit der wilden leila an oder lila ich weiß nicht genau leider lila und bekommt herzklopfen wenn der unverschämt gut aussehende mo ihr beim gemüse ernten hilft aber meddy kann sich nicht zweiteilen wird ihr klar früher oder später muss sie sich zwischen ihren garten gefühlen und ihrem karriere traum entscheiden spoiler alarm für alle menschen die zwei rote daumen haben wie ich und keinen grünen ist das buch trotzdem geeignet weil man noch diverse dinge lernt aber mehr dazu werde ich euch im lesemonat erzählen dann durfte hier bei mir elfenkrone einziehen das ist der erste band der reihe und dazu hat die liebe nele ein leserunde gestartet auf instagram bei der ich natürlich auch super gerne dabei bin weil ich die reihe schon ewig 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 lesen möchte ich habe mir bis jetzt erstmal nur band 1 bestellt weil viele sagen es ist eine furchtbar düstere geschichte und ich erstmal gucken muss ob mir das zusagt aber das cover oder die reihe spricht nicht schon seit monaten gefühlt jahren an wenn ich sie in der buchhandlung sehe und ich habe jetzt für mich beschlossen ich werde jetzt band 1 definitiv in der leserunde mitlesen und während des lesens dann entscheiden ob die geschichte mir gefällt und ich dann halt auch band 2 und 3 mit der gruppe weiterlesen werde oder ob man eins dann auch wieder ausziehen darf weil es mir doch vielleicht zu düster ist schuld ist sieben als ihre eltern ermordet werden und sie und ihre schwestern an den hof des elfenkönigs verschleppt werden zehn jahre später hat sie nur noch ein ziel vor augen dazu zu gehören um jeden preis doch die meisten elfen verachten sterbliche wie sie ihr erbittert star widersacher prinz kaden der junge und unberechenbarste sohn des elfenkönigs wenn schuld am hof überleben will muss sie ihm mit aller macht die stirn bieten also es klingt auf jeden fall nach einer bett als protagonistin und ich bin schon sehr 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 gespannt dann ist ein buch hier eingezogen dass ich direkt zum release in den händen halten durfte ophelia scale die sterne werden fallen der dritte band der ophelia scale reihe und ich mache keinen held raus ich liebe diese reihe und kann sie auch nur jedem ans herz legen ich werde euch natürlich jetzt nicht den klappentext von band 3 vorlesen weil ich euch sonst spoilern würde aber ich kann euch kurz erzählen um was es geht wenn ihr meine letzten videos geschaut habt dann wisst ihr es natürlich aber für jeden der neu hier auf dem video gelandet ist erzähle ich es doch mal natürlich kurz ja es geht um ophelia scale die in einer welt lebt in der es keine technologie mehr gab vor einigen jahren hat der könig beschlossen dass alle technologie abgeschafft wird seien es jetzt eilings eilings oder sonstige technologien also das sind so geräte mit denen sie sich verständigen können quasi ein knopf im ohr und kontaktlinsen mit denen sie super viel informationen sich gegenseitig schicken können und so weiter ist jetzt kompliziert erklärt aber ja es gibt keine technologie mehr und ophelia passt das halt gar nicht weil sie wollte unbedingt ingenieurin werden wie ihr vater und schließt sich dann dem widerstand an dort ist auch ihr freund und zusammen möchten sie den könig stürzen ja dann ergibt sich die möglichkeit dass sie quasi in die leibgarde des königs eingeschleust werden kann und ja dann wird halt entschieden dass ophelia den könig töten soll das ist ungefähr der klappentext von band 1 viel der scale ich kann es jedem nur empfehlen ich bin absolut verliebt in diese reihe das nächste buch das ich euch zeige durfte gestern hier einziehen bzw ist gestern hier angekommen ich hatte es bei der buchhandlung kraft vorbestellt weil es da eine postkartenaktion gab zu den ersten vier bänden also das ist quasi band 1 ich glaube das ist band 2 oder das ist band 2 ich weiß also band 2 und 3 und die postkarte zu band 4 das ist nämlich der vierte teil von 5 der secret book club reihe ich habe band 1 im februar gelesen das war mein what i read next in februar buch genau und habe die reihe lieben gelernt das war das einzige kiss buch das noch nicht gelesen in meinem regal stand und ich habe es auch nicht bereut band 2 und 3 durften dann auch noch einziehen und jetzt gesellt sich eben noch der vierte band dazu ich glaube der fünfte kommt ende des jahres auch sogar schon raus wenn ich mich nicht täuschen ja ich kann euch natürlich auch wieder nicht den klappentext zu band 4 vorlesen aber euch erzählen um was es geht es ist auch ganz schnell erklärt in the secret book club geht es um einen geheimen buchclub wer englisch kann der hatte sich das vermutlich schon gedacht aber es ist kein gewöhnlicher buchclub sondern es ist ein buchclub der rein aus männern besteht ja die männer lesen liebes romane um ihre frauen besser zu verstehen im band 1 geht es zum beispiel um den profisportler dessen ehe kurz vor dem aus steht und er sich erhofft durch diesen buchclub seine ehe retten zu können ja hier geht es um das sind alles eishockeyspieler geht es um flat den wir auch schon erst mal kennenlernen aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen jedes paar hat einfach so seine problemchen und sie versuchen halt durch das lesen von liebesromanen ihre frauen besser zu verstehen und jetzt freue ich mich euch zwei bücher zeigen zu dürfen von einer lieben self publisher kollegin die ich mittlerweile ins herz geschlossen habe annika wirz falls ihr den namen noch nicht gehört habt schreibt ihn euch auf ihr werdet noch viel 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 von ihr hören trusted love ist ihr debütroman bzw die trusted love reihe ist ihre debütreihe der erste band heißt zurück zu uns und der zweite band heißt nur mit dir in beiden büchern geht es um ein schwestern duo hier geht es um die jüngere schwester hier um die ältere schwester und beide erzählen halt so ein bisschen ihre geschichte es ist auch beides in quasi wechselnder sicht zwischen männlichem und weiblichen protagonisten erzählt so dass man auch wieder in beide köpfe reinschauen kann und ich habe die reihe direkt hintereinander jetzt weggesuchtet und ich bin totally in love mit dieser reihe ich werde euch einfach beide klappentexte vorlesen die bücher kann man nämlich auch gesondert voneinander lesen und fangen jetzt einfach mal mit band 1 an neun jahre hat luke ein fuß in ihre heimat gesetzt zu schlimm sind die erinnerungen an ihren unfall und dann das was sie mit ihm verloren hat war nun heiratet ihre beste freundin und die bitte ihre trauzeugin zu sein kann nun nicht ausschlagen auch wenn es bedeutet sich nicht nur der vergangenheit zu stellen sondern auch ihrer jugendliebe lucas wieder zu begegnen das heftige herzpochen in seiner gegenwart zu ignorieren fällt blu mit jedem tag schwerer und in ihr erwacht eine sehnsucht die sie viel zu lange unterdrückt hat doch dann holt die vergangenheit sie ein und blu muss eine entscheidung treffen die alles zerstören könnte und band 2 charmant liebevoll und leider ein absoluter frauenheld so würde victoria wohl ihren besten freund phil beschreiben ein typ mit dem sie nächtelang um die häuser ziehen arm in arm durch die stadt schlendern und stundenlang telefonieren kann niemals hätte sie sich vorstellen können dass ihr herz einmal in seiner gegenwart schneller schlägt und ihre sehnsucht nach ihm immer größer wird bis phil sie plötzlich küsst und damit ihre komplette welt auf den kopf stellt er setzt alles daran victoria endlich ihre gefühle zu entlocken doch keiner der beiden ahnt wie gefährlich phils vergangenheit für sie werden könnte und plötzlich ist es nicht mehr nur victoria die sich fragt ob ihre liebe es wert ist alles zu riskieren wenn man noch so viel mehr verlieren könnte ich habe beide schon gelesen und ja kann sie euch wirklich nur ans herz legen wenn ihr auf new adult und love story mit bisschen drama und spannung und plot twist steht dann lest trusted love dann dürfte noch ein buch bei mir einziehen bei dem es sich mal wieder um den dritten band einer reihe handelt irgendwie habe ich da ein talent für mir immer dritte bände zu kaufen aber mich hat der klappentext so angesprochen und dann habe ich festgestellt als ich danach ein bisschen recherchiert habe dass das der dritte band einer reihe ist deshalb muss ich jetzt erst noch band eins und zwei kaufen gehe aber einfach mal davon aus dass man sie gesondert lesen kann weil ich im klappentext jetzt nichts gefunden habe was irgendwie auf einen anderen band hindeuten würde von daher habe ich es ja auch gekauft weil ich dachte okay klingt nicht nach fortsetzung aber es ist eine dating beziehungen wahre gefühle alles erfahrungen die annie bisher nicht gemacht hat auf der uni soll sich das ändern sie verfasst eine liste mit dingen die sie unbedingt erleben möchte den ersten kurs verabredungen und schmetterlinge im bauch doch wie soll sie das anstellen wenn sie keine ahnung von männern geschweige denn von beziehungen mit ihnen hat für annie gibt es nur eine lösung sie muss üben ausgerechnet in adam baker dem verschlossenen wie mürrischen ex-footballer findet sie einen unfreiwilligen partner dumm nur dass sich gefühle nicht an übungspläne halten und adam bereits vergeben ist klingt auf jeden fall sehr spannend das nächste buch ist mal wieder ein klassisches habe ich bei bookstagram gesehen und musste es haben buch seelengeister von nadine märschmann ich weiß gar nicht so viel darüber ich habe nur gesehen dass einige mädels denen ich folge das total gefeiert haben allein schon der titel seelengeister im reich der gedanken lässt meine gedanken in tausend richtungen schwirren und ich musste das buch einfach haben ich weiß nicht warum ich kann es nicht erklären ich habe es gesehen und musste es haben das ist ein großes problem von mir das weiß ich auch selbst dass ich dinge die ich schön finde oder die sich schön anhören immer sofort haben muss mein geldbeutel weint mein bücherregal freut sich und mein hals auch jeder mensch hat zwei seelengeister wesen geschaffen aus den tiefsten gedanken sie flüstern die worte ins ohr und beherrschen deine taten ergreifen immer mehr macht von dir bis du dich selbst verlierst für immer verloren im reich der gedanken dazu verdammt das monster zu werden das dein körper erschaffen hat nur eine ausbildung auf den inseln für eis und wasser magie kann dich retten eleira absolviert die vielen trainingsstunden der ausbildung doch ihr seelengeist nähert sich an ihren selbst zweifeln und wird von tag zu tag stärker neri droht an den schatten ihrer vergangenheit zu zerbrechen und kann keine ablenkung gebrauchen doch die lebensfrohe selin geht ihr nicht mehr aus dem kopf werden sie es schaffen ihre seelengeister zu bekämpfen eine magische geschichte über die macht der gedanken und die monster die in unseren köpfen lauern ich hoffe ja darauf dass es auch so ein bisschen mental health elemente hat ich bin schon gespannt gerade habe ich euch noch ein buch gezeigt bei dem ich aus versehen den dritten band gekauft habe ja jetzt habe ich hier ein buch bei dem ich aus versehen den zweiten band in händen halte jetzt gedacht normalerweise ist bei mir immer der dritte ich kaufe immer dritte bände ich weiß nicht warum ja so wird das geheimnis der nacht ist der zweite band der reihe und ich glaube es gibt auch nur zwei und ich bin mir auch nicht sicher ob man die getrennt voneinander lesen kann ich kann euch jetzt natürlich nicht den klappentext zum zweiten band vorlesen weil der wie ich gerade gesehen habe ein wenig spoilern würde ich habe mich gerade auch auswählen selbst gespoilert ich bin mal wieder sehr klug es war ein typischer cover kauf ich habe ganz große probleme ich sollte daran arbeiten nicht immer nach der optik zu gehen ja ich lese euch aber jetzt den klappentext zu band 2 vor den habe ich hier auf dem handy dann wisst ihr auch um was es in der reihe geht seit ihrer kindheit wird alice windham von albträumen geplagt deren bedeutung sie nie entschlüsseln konnte bis plötzlich der geheimnisvolle attraktive crowley vor ihrer tür steht und ihr unglaublich es eröffnet alice hat eine uralte seltene gabe sie sieht nachtschwalben wundersame vögel die die seele eines menschen hüten und ein mächtiger feind ist ihr auf den fersen um ihre kräfte für sich zu nutzen in letzter sekunde kann alice mit crowleys hilfe fliehen sie folgt ihm in ein verborgenes paralleles london voller zauber und gefahren und mehr über ihre um mehr über ihre fähigkeiten zu lernen doch ihre magie ist mit einem dunklen erbe verbunden das wäre die solbert reihe das vorletzte buch wäre sierra clara von karin eger das wurde mir auch von nova zur verfügung gestellt vielen dank dafür und ja normalerweise ist das gar kein buch das ich mir so kaufen würde gut das cover ist natürlich wieder wunderschön aber es ist ein gesellschaftskritischer roman und das ist ja jetzt nicht unbedingt so das haupt ding dass ich in der regel lese aber als ich den klappentext gesehen habe als es mir angeboten wurde habe ich direkt gedacht okay das musst du lesen weil es wirklich eine thematik hat die mich interessiert und wenn ich euch den klappentext vorlese wisst ihr vielleicht auch warum zwei frauen zwei hautfarben tochter und mutter die mit ihrem glauben aneinander berge versetzen klarer wächst in der süddeutschen provinz am alpenrand auf hier ist sie der einzige mensch mit einer hautfarbe wie kakao mit milch und honig das mutter tochter gespannt wird kritisch beobachtet wo ist der vater was verbirgt die lebenshungrige mutter als junge frau folgt klarer ihren traum von der ferne und wird flugbegleiterin ruhelos reist sie um die welt bis sie beschließt ihren vater ausfindig zu machen in vancouver kommt es zu dem lang ersehnten treffen die schatten lichten sich und klarer blickt in ein geflecht aus finanzieller macht und diskriminierung in dem auch ihr vater gefangen ist ihre hand ihre angst vor seiner ablehnung weicht der einsicht dass alle freiheit in uns selbst liegt ja klang total schön für mich und deshalb musste dieses buch auch unbedingt hier einziehen und ich habe es vor jetzt auch noch ganz zeitnah zu lesen und dann werde ich natürlich im lesen monat darüber berichten last but not least durfte gerade heute noch dieses buch hier bei mir einziehen nena tramutani cards of love 2 der zauber der welt ich habe es bei der bücher büchse vorbestellt weil ich diesen wunderschönen buchschnitt wieder haben wollte ich habe nämlich damals band 1 bei der lieben nella gewonnen auch mit dem bücher büchse farbschnitt und deshalb war für mich irgendwie auch klar dass ich band 2 dann natürlich auch mit diesem farbschnitt haben muss das ist ja wohl ganz klar da es sich hier auch wieder um eine fortlaufende reihe handelt kann ich euch den klappentext zu band 2 wieder nicht vorlesen aber ich werde euch den von und eins erzählen juliet da ist gerade mit der schule fertig und weiß nicht was sie mit ihrem leben anstellen soll einzig das legen von tarot karten bereitet ihr freude sie ist am boden zerstört als ihr vater den sie über alles liebt angeblich bei einem unfall in venedig ums leben kommt ausgerechnet in der stadt von der ihr vater sie immer fernhalten wollte juliet da zieht trotz seiner warnung nach venedig sie kommt im grand hotel ihres onkels vincenzo unter und merkt schnell dass dort nicht alles mit rechten dingen zugeht wer sind die seltsamen schauspieler die so großes interesse an ihrer tarotkunst haben und wer der mysteriöse mal volio der seine hilfe anbietet cards of love 2 durfte heute hier einziehen das waren jetzt alle meine neuzugänge stand jetzt es ist auch glaube ich nichts mehr unterwegs zu mir was diesen monat noch ankommen soll ich habe ja einige dinge schon vorbestellt aber ich werde mir gegebenenfalls noch das neue buch von avar reid zulegen white stone hospital das habe ich gerade bei bookbeat gehört und die geschichte hat mir so gut gefallen dass es noch als print hier einziehen darf ich weiß das ist nicht normal das ist total gestört aber wenn mir eine geschichte so gut gefällt dann muss ich sie immer noch hier im regal stehen haben wie sagst du immer so schön evie bücher sammeln und bücher lesen sind zwei verschiedene hobbys mit diesen weisen worten verabschiede ich mich heute von euch wünsche euch noch einen wunderschönen tag und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten mal wieder tschüss